Herzlich Willkommen Freunde zu einem neuen Sportwetten Tipps und Tricks Video für das Jahr 2023. Ich werde dir in diesem Video meine Sportwetten Tipps und Tricks geben, unter anderem mit den Neuerungen für 2023. Ich werde dir zum Beispiel zeigen, wie man seine Wetten selber trackt, welche Statistik-Tools, also welche Fußball-Statistik-Tools ich nutze, welche wirklich interessante Daten ausspucken. Das heißt, das sind unter anderem Tools, die zum Beispiel schauen, wie viele Tore fallen in einer Partie, wie viele Tore fallen auf beiden Seiten. Also für beide Teams treffen wäre das interessant und für viele weitere andere Sachen. Das ist quasi ein Tool, welches alle Fußball-Ligen reanalysiert und die Daten zusammenfügt. Extrem interessante Sache. Ich werde euch aber auch noch weitere Tipps und Tricks zu Sportwetten speziell für das Jahr 2023 geben. Ich habe dir insgesamt eine ganze Präsentation vorbereitet. Ich mache das Ganze wie immer im Real-Talk-Format, das heißt wenig Cuts reinmachen, also wenig das Video bearbeiten, sondern einfach frei von der Leber sprechen, so wie es euch am meisten gefällt. Ich würde mich freuen als Unterstützung, wenn du natürlich einen Kommentar schreibst, irgendwas, was du halt als Frage hast, etc., sodass auch die Community darauf antworten kann. Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange los. Es geht direkt mit dem Trick 1 los. Was mich viele gefragt haben, denn ich habe mal eine Bilanz, eine Auswertung von den Insider-Tipps gepostet, wo man sieht, wie viele Wetten wurden gewonnen, wie viele wurden verloren. Komplett transparent und übersichtlich. Wenn ich dazu mal ein Video machen soll, dann like dieses Video am besten, damit ich sehe, wenn es deutlich mehr Likes hat als sonst, dass daran Interesse besteht, dann kann ich dazu gerne ein ausführliches Video separat für die Insider-Tipps machen. Erster Tipp und Trick aus diesem Sportwetten-Tipps-und-Tricks-Video ist, dass man seine Wetten trackt und vor allem eine Übersicht hat. Die meisten Buchmacher, finde ich zumindest, ist das Ganze relativ unübersichtlich. Man hat nicht einen genauen Überblick, wie viele Wetten hat man abgegeben, welche Märkte hat man angespielt, welche Ligen hat man angespielt und so weiter und so fort. Unten habe ich dir mal ein Tracking-Sheet von mir eingefügt. Bei Bedarf kann ich das Ganze gerne auch mal teilen. Schreib einfach in die Kommentare, ob du so ein Tracking-Sheet benötigst. Kann ich gerne zur Verfügung stellen. Da siehst du zum Beispiel, dass man, ich habe das jetzt beispielhaft nur ausgefüllt für dieses Video kurz, da sieht man einfach, welche Partie habe ich angespielt, welche Sportart, zum Beispiel Fußball, Tennis, welche Liga, zum Beispiel Bundesliga, Serie A etc. Die Wettart, zum Beispiel eine Dreiweg-Siegwette, über 0,5 Tore, über 1,5 Tore und so weiter und so fort. Zu meinen Wettmerken, also welche Wettart ich am meisten spiele, kann ich gerne mal ein Video machen, falls sich das Ganze interessiert. Und natürlich sieht man hier auch seine Quoten und vor allem, was interessant ist, da gibt es für, ganz rechts bin ich, wo W und L steht, ein Dropdown-Menü, wo man die gewonnenen Wetten hat. Oder man wählt dann aus, dass man die Wette verloren hat. Das Ganze kann man auch über das Handy bearbeiten. Und so sieht man sehr gut, wo habe ich denn die meisten Wetten gewonnen, wo habe ich die meisten Wetten verloren und kann daraus Rückschlüsse ziehen für seine zukünftigen Wetten. Das ist eine extrem übersichtliche Sache, dieses Tracking-Sheet. Es rechnet die auch quasi aus, wie viel Gewinn, wie viel Verlust hat man gemacht und vor allem, man kann sich halt verbessern. Man sieht, okay, wenn ich im Fußball die meisten Wetten verloren habe, aber im Tennis die meisten Wetten gewonnen habe, so kann man daraus Rückschlüsse ziehen und gegebenenfalls nur noch Tennis-Wetten anspielen. Bei Bedarf, wie gesagt, wenn ihr das Ganze haben wollt, so ein Tracking-Sheet, kann ich gerne zur Verfügung stellen. Kann man über das Handy bearbeiten, über den PC bearbeiten, etc., etc. Dazu einfach schreiben in den Kommentarfeld, wenn du sowas benötigst. Trick 2, Money-Management. Leider sehe ich es immer wieder, dass Leute zum Beispiel 50 Euro, 100 Euro aufladen und sich dann denken, was habe ich denn für einen Wetteinsatz? Wie viel Euro soll ich denn wetten pro Wette? Soll ich, wenn ich 100 Euro einzahle, 100 Euro je Wette machen? Das heißt, ich setze alles auf eine Karte und eventuell gewinne ich oder ich verliere ich. Wie sieht es dann aus, wenn ich eventuell gewonnen habe? Dann habe ich zum Beispiel mein Geld verdoppelt, aber was mache ich dann? Das sind so Fragen, die höre ich oft in den Kommentaren, sehe ich das auch unter anderem. Und dort gebe ich dir einfach mal meine Meinung mit. Als Faustregel kann man sagen, was ich mache, 1-3% seiner Bankroll, das heißt seines Wettkapitals je Wette. Das heißt, wenn man 100 Euro hat, wären das bei 3% als Beispiel nur 3 Euro. Das ist relativ wenig. Ich würde aber immer darauf achten, nicht zu viel zu wetten. In diesem Fall bei 100 Euro würde ich zum Beispiel dann mit 10 Euro je Wette spielen. Es ist in jedem Lebensbereich so, wenn man alles auf eine Karte setzt, kann man alles verlieren und davon würde ich eher abraten. Ich würde nicht alles auf eine Karte setzen, das heißt nicht auf eine Wette, sondern das Ganze diversifizieren und zwar auf mehrere. Und das ist nicht nur bei Sportwetten so, das ist in jedem Lebensbereich immer so. Tipp 3, wo hast du Stärken? Nur weil zum Beispiel die meisten Leute auf Fußball wetten, musst du nicht auch auf Fußball wetten. Denn wenn du vielleicht selber aus Jugendzeiten als Beispiel viel Tennis gespielt hast, kann es für dich natürlich sinnvoller sein, auf Tennis zu wetten, da du dich dort besser auskennst. Als Beispiel bei mir, ich habe Leben lang Fußball gespielt, habe dementsprechend auch mit Fußball gestartet, habe mich dann, sage ich mal, ein bisschen in Anführungszeichen verguckt, spezialisiert, wie man es auch nennen möchte, in die 2. Bundesliga, habe dort besonders die 2. Liga immer verfolgt, wie sind die Ergebnisse, wie sind die Statistiken, wie sind die Bundesligaspiele, also die 2. Liga-Spiele live vonstatten gegangen, sodass ich mich wirklich darauf fokussiert habe. Und wenn du zum Beispiel Stärken im Tennis hast, spricht nichts dagegen, dass du dich auf Tennis fokussieren könntest. Zu Tennis gibt es auch unzählige Statistik-Tools, da mache ich auch nochmal ein Video zu, wo man einfach eine Webseite hat, die alle Daten von allen Tennisspielern der Welt bündelt. Wie spielen sie zum Beispiel auf Rasen, wie spielen sie auf dem und dem Untergrund, wie spielen sie gegen Top 100 Spieler, wie spielen sie gegen Spieler, die Rang weiter unten sind und so weiter und so fort. Das sind nützliche Statistiken, dazu mache ich aber auch nochmal ein eigenes Video. Grundsätzlich sage ich immer, ohne Wetteinsätze einfach mal so ein Tracking-Sheet ausfüllen. Es spricht nichts dagegen, 50 Wetten in Anführungszeichen fiktiv zu machen, das heißt ohne Wetteinsätze zu spielen, sich das nur quasi imaginär vorstellen und dann so ein Tracking-Sheet ausfüllen. Dann sieht man selber, das Tracking-Sheet analysiert für dich, beziehungsweise rechnet aus, wie viel Gewinn hätte man, wie viel Verlust hätte man gemacht und so sieht man schon, wäre das Ganze in eine gute Richtung oder in eine schlechte Richtung gegangen. Das heißt, die ersten Wetten, also wenn es erstmal nur 50 sind ohne Wetteinsatz, macht auf jeden Fall meiner Meinung nach Sinn. Statistik-Tools gibt es wirklich viele, ich habe es schon angesprochen, es gibt es für Tennis, es gibt es für Fußball, ich habe da wirklich ohne Ende Statistik-Tools, die wirklich auf den Tag genaue Daten haben. Ich habe einfach mal ein Beispiel, hier siehst du aus der Premier League, in dem Markt, also in dem Wettmarkt, beide Teams treffen, das ist jetzt nicht auf Sportwetten dieses Tool, sondern generell nur auf Fußball, es ist einfach ein Statistik-Tool für die Premier League und dort kann man zum Beispiel auswählen, beide Teams treffen, also in wie viel Partien wurden auf jeder Seite, also hat das Heimteam und das Auswärtsteam ein Tor geschossen, in diesem Fall 50%, 91,46% der Fälle sind über 0,5 Tore, das heißt ein Tor oder mehr gefallen, 17% der Fälle sind die meisten, also sind auf beiden Seiten ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen, 27% in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten, hier sieht man auch ganz klar wieder, in der zweiten Halbzeit passieren mehr Tore als in der ersten, das sind so Statistik-Tools, die sind auf jeden Fall interessant sich anzuschauen. Des Weiteren, man sieht es jetzt nicht im Hintergrund, eine detaillierte Formtabelle, ich nutze zum Beispiel nicht die Handy-App, wo man nur die Formtabelle sieht, sondern ich nutze, das seht ihr auch auf YouTube immer über dem PC, die Formtabelle für die Heimmannschaft detailliert und die Formtabelle der Auswärtsmannschaft und nicht eine Formtabelle, wo Heim und Auswärts zusammen ist, hat einfach den Hintergrund, es gibt Teams, die sind zu Hause besonders gut, als Beispiel in dieser Saison, vielleicht guckst du dieses Video irgendwann später, aber in dieser Saison ist als Beispiel Bochum zu Hause sehr gut, aber auswärts extrem schlecht, dementsprechend macht eine Gesamtformtabelle wenig Sinn, wenn ich genau weiß, detailliert, das Heimteam Bochum spielt zu Hause sehr guten Fußball aktuell und das Auswärts-Team Bochum spielt sehr schlechten Fußball aktuell. Das waren auch schon die ersten Tipps und Tricks, ich habe dir hier einfach mal ein paar Sachen zusammengefügt, gerne kann ich auch noch mehr Videos machen, wenn du mehr erfahren möchtest, Telegram zum Beispiel, alles ist in der Videobeschreibung verlinkt, schau da gerne vorbei und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg und vor allem liebe Grüße. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020